Let's talk about Urush. Der letzte verbliebene Rookie ohne großen Auftritt in einem Arc, der wirklich letzte seiner Art, wie dieser Rio-Drache in dem One Piece-Filler. Und die Frage ist jetzt natürlich, wie wichtig wird Urush noch wirklich in der Story von One Piece? Wird er überhaupt noch eine große Rolle spielen? Und wird er vielleicht sogar der wichtigste Rookie sein? Abgesehen natürlich von Ruffy und Zoro. Genau deswegen lassen wir uns ein bisschen über Urush reden. Es gibt eine Story von Oda, die er mal erzählt hat, in der er gesagt hat, dass er die Rookies relativ spontan gemalt hat. Also er hatte nicht vor, von Anfang an die Rookies zu zeichnen, sondern erst irgendwie paar Wochen oder paar Tage, bevor das Kapitel rauskam, dachte er sich, ey, es wird doch cool, irgendwie neue Piraten mit Ruffy zusammen einzuführen. Und daraufhin hat er dann die Rookies gezeichnet. Das heißt, sie waren eigentlich eine relativ spontane Entscheidung. Natürlich ist diese Entscheidung schon vor zehn Jahren gefallen und mittlerweile ist nichts mehr davon spontan. Aber Urush war so in der Form als Rookie nicht von Beginn an geplant. Deswegen wird er wahrscheinlich auch nicht einer der hundertprozentigen Schlüsselcharaktere am Ende sein. Was aber relativ offensichtlich ist, wie ich finde, und wo mir auch viele One Piece-Fans wahrscheinlich recht geben, umso länger ein Charakter von Oda aufbewahrt wird, umso wichtiger wird er eigentlich nochmal in der Story. Also Oda vergisst keine Charaktere. Außer vielleicht Kong. Es ist auch relativ offensichtlich, wie ich finde, dass Oda sich bewusst Urush noch aufbewahrt. Denn wir hatten jetzt zum Beispiel auf Wano Kuni fast alle Rookies am Start. Also wir hatten Ruffy, Law, Zorro und Kids und Killer natürlich. Die wären sowieso da gewesen. Da waren natürlich auch noch Hawkins, X-Track und Apu da. Also waren wirklich fast alle da. Die einzigen, die nicht da waren, waren Lola, Capone und Urush. Lola ist natürlich aktuell gerade im Geschehen dabei und war bei der Reverie natürlich auch da. Deswegen wird sie gerade so mit der Story verknüpft. Und Capone war natürlich im ganzen Whole Cake Island Arc schon mit beteiligt. Es gab für Oda schon die Chance, Urush und Wano Kuni mit reinzubringen, da er bei Kaidos ersten Auftritt oben auf der Wolke dabei war. Also er hat auch irgendwie mal eine Begegnung mit Kaido gehabt und vielleicht auch mal kurzzeitig was mit ihm zu tun gehabt. Dazu kommt noch, dass wir erfahren haben, dass er einen Kommandanten von Big Man besiegt hat. Das heißt, man hätte ihn auch in den Whole Cake Island Arc mit reinschmeißen können. Das wäre auch nicht zu viel oder überladen gewesen, denn wir hatten im Whole Cake Island Arc als anderen Rookie außer Zoro und Ruffy natürlich nur Capone. Weil Lore war auch schon auf Wano Kuni, also der war nicht mit auf Whole Cake Island. Deswegen hätte Urush da eigentlich auch noch relativ gut reingepasst. Aber Oda hat sich selbst dazu entschieden, ihn auch nicht in Whole Cake Island mit reinzuhauen und sie sich nochmal für ein bisschen später aufzuheben. Und weil Oda uns immer so kleine Stücke von Urush hinschmeißt, zum Beispiel die Info, dass er einen Kommandanten besiegt hat oder dass er da oben mit Kaido zusammen war, zeigt für mich sehr stark, dass er noch was mit dem Charakter vorhat. Wie gesagt, das ist jetzt kein Kong, der einmal auftaucht und dann erstmal nie wieder von der Bildfläche komplett verschwindet und wo man sich denkt, hä, was ist denn jetzt mit dem eigentlich los? Sondern Oda zeigt uns immer noch ein bisschen, okay, das macht er gerade, da ist er gerade, da befindet er sich gerade und deswegen wird er auch hundertprozentig noch eine Relevanz für die Story haben. Und umso später er an der Story vorkommt, umso mehr wächst die Wahrscheinlichkeit, dass er eine größere Rolle einnimmt. Die, die den Manga lesen, wissen, es sind nicht mehr viele Rookies mit am Start und einige von den Rookies haben ordentlich auf die Fresse bekommen. Es gibt viele Urush-Theorien, die ihn zum Beispiel mit dem Himmelsvolk Birka in Verbindung bringen, dass er jetzt auf Elba mit auftaucht oder sogar vielleicht noch irgendwie mit auf Eckett, weil wir natürlich jetzt nochmal die Verbindung zu Vegapunk haben und diesen Weltraumpiraten, die natürlich dieses Jolly Roger haben, was sehr stark nach Vegapunk aussieht und Enel ist gerade auf dem Mond. Deswegen kann man dann die Verknüpfung bringen mit Enel und Urush. Da könnte man natürlich eine sehr starke Parallele ziehen mit dem Königreich Birka, den Himmelsmenschen und so könnte man das ganze Thema nochmal gut aufbringen. Es kommen in One Piece aber natürlich immer mal wieder Fraktionen dazu, zum Beispiel jetzt die Holy Knights. Da könnte man natürlich vielleicht auch irgendwas mit Urush in die Richtung aufbauen. Vielleicht war Urush früher ein Holy Knight. Er hat zumindest eine sehr starke Frucht. Es ist ja eine Art Karma-Frucht oder so. Wenn man ihn schlägt, wird er dadurch stärker, was wirklich eine sehr, sehr starke und nützliche Frucht ist. Auch vielleicht für die Weltregierung. Deswegen könnte man ihn vielleicht jetzt auch mit der Fraktion wieder ins One Piece-Geschehen mit reinbringen. Ist jetzt natürlich nur eine kleine Idee von mir. Die Birka-Theorie ist natürlich viel wahrscheinlicher, aber man kennt ja Oda, oft geht er nicht das Wahrscheinlichste, sondern geht er um drei Ecken herum und überrascht uns alle. Die Crew von Urush heißt ja sogar übersetzt The Fallen Monk Pirates, also die gefallenen Mönche. Deswegen könnte man vielleicht Urush auch in die Story so mit einbringen, dass er in Holy Knight war, irgendeinen Kampf verloren hat und die Weltregierung ihn dann rausgeschmissen hat oder rausgekickt hat, verstoßen hat oder wie auch immer. Wir wissen ja auch immer noch nicht, was genau Urush für eine Frucht hat. Es könnte auch eine sehr starke mystische Sohan-Frucht sein, wie ich schon vorhin erwähnt, irgendwie die Karma-Frucht oder so. Er war der Einzige auf dem Sabaodya-Schipil damals, der irgendwie eine Chance hatte gegen einen Pazifister und er war der Erste von den Rookies, der es irgendwie geschafft hat, einen Kommandanten zu besiegen. Also das muss man ihm wirklich hoch anrechnen. Ich meine, er war der Stärkste von den Rookies. Bevor Ruffy überhaupt erst gegen Dothalmingo und so gekämpft hat, hatte Urush schon einen Kommandanten besiegt. Wir wissen ja auch nicht genau, was der Mann vorhat, aber wir wissen, er hat irgendwas vor. Also ich meine, man greift nicht einfach so einen Kommandanten von einem Kaiser an, aus Spaß, weil man Langeweile hat und nichts zu tun hat. Außer man ist vielleicht Dothalmingo oder irgendwie so ein verrückter Typ, dann würde ich ihm das zutrauen. Aber Urush wirkt wie ein sehr besonderer Mann mit Plan und Verstand und ich glaube, er hat ein Ziel fest im Kopf und musste deswegen vielleicht gegen ein, zwei Personen kämpfen, um vielleicht irgendeinen Gegenstand oder irgendeine bestimmte Information zu bekommen. Also ich glaube, es dauert wirklich nicht mehr lange, bis der Mann auftaucht. Wir sind ja gerade in dieser Royal Rumble Battle Royale Phase. Er wird jetzt bald irgendwo auftauchen, ob es jetzt irgendwo bei Imsama und den Gorosai ist oder ob es jetzt auf L-Bahn am Ende ist oder ob er jetzt mit irgendeinem anderen Charakter gerade interagiert, der gerade auch irgendwo hin unterwegs ist, zum Beispiel Blackbeard oder sowas. Das werden wir dann sehen. Schreibt ihr mal gerne in die Kommentare, was ihr glaubt, wo Urush jetzt auftauchen wird, mit wem genau er interagieren wird und welche Rolle er in One Piece noch haben wird. Das würde mich auf jeden Fall interessieren, was ihr dazu denkt. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn euch das Ganze gefallen hat. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ich danke euch wie immer sehr fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Haut rein. Ciao.